Und Ausatmen, Stoß hatte ich. Was hier aussieht wie eine gemütliche Sportstunde, ist das Aufwärmtraining für ein Wochenende mit viel Musik, Tanz und Gesprächen. Drei Tage lang wird die Jugendherbergsstätte in Wegberg zum Musikmecker der Gospelfans. Liebhaber dieser Musikrichtung bekommen hier das Komplettpaket. Stimmbildung, Rhythmusgefühl, Körperkontrolle, aber auch eine gute Portion Gemeinschaftssinn. Textsicherheit ist dabei erst einmal nicht alles. Für das Einsingen reicht dabei schon ein Küchenrezept. Ach, was ein schöner Morgen. 2, 3. Papaya Salat, Papaya Salat, Papaya Salat, Papaya Salat. Papaya Salat, Papaya Salat, Papaya Salat, Papaya Salat. Papaya Salat, Papaya Salat, Papaya Salat, Papaya Salat, Papaya Salat. Papaya Salat, 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 Papaya Salat. Ja, ja, ja. Noch mehr entspannen. Kursleiterin Miriam Schäfer ist bereits als Kind mit kirchlicher Musik in Berührung gekommen. Die Gospelmusik entdeckte sie als Jugendliche und sie hat sie bis heute nicht mehr losgelassen. Für Miriam ist der Gesang auch eine Möglichkeit, mit Gott zu sprechen. Also mir ist einfach wichtig, dass wir eine gute Zeit miteinander haben, dass wir Spaß haben, dass wir Lieder lernen und da uns wirklich auch drin wohlfühlen und dass wir von unserem Glauben erzählen. Das ist meine Mission, ganz persönlich. Und ich denke einfach, Musik ist die tollste Sprache, um das zu vermitteln. I will sing in your name Till everyone has heard About your wonders and your healing I will sing in your name Till everyone has heard Of your mercy and your love Augenbrauen hochgenau. Super. Eine selbe Tübung. Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei I will sing in your name Till everyone has heard About your wonders and your healing I will sing in your name Till everyone has heard Of your mercy and your love I will sing in your name Till everyone has heard About your oneness and your healings I will sing in your name Till everyone has heard Of your mercy and your love Genau, das ist einfach nur Of your mercy and your love Zweiter Teil Eins, zwei und I will sing in your name Till everyone has heard About your oneness and your healings I will sing in your name Till everyone has heard Of your mercy and your love Eins, zwei, drei und Precious God Almighty God Precious God Almighty God Almighty Redeemer My Savior Messiah Forever Come bless the Lord One more time One, two, three, four Come bless the Lord Come bless the Lord Come bless the Lord Come here to worship Christ the Lord And bless his name His holy name Declaring he is good In the Lord always And again I say Again I say rejoice And bless his name His holy name Gleich in der nächsten Stunde greift Kursleiter David Thomas gern auch zur elektronischen Rhythmusmaschine. Sein Konzept wird den Teilnehmern sehr schnell klar. Hier gibt es keine altbackenen Lieder aus dem Gesangbuch. Mit den Synthesizer Klängen zeigt David Thomas, dass Gospelmusik den Spagat schafft. Sie ist traditionell und modern zugleich. Ja? Go! One, two, three Oh that man! Oh that man would praise his name Praise his name to the end of the earth Oh that man would praise his name Praise his name to the end of the earth Oh that man would praise his name Praise his name to the end of the earth Oh that man would praise his name Oh that man would praise his name Praise his name to the end of the earth Oh that man would praise his name Oh that man would praise his name Untertitelung des ZDF, 2020 Gospelmusik singen, das klappt auch ohne Noten, aber in kaum einem Fall geht das auch ohne sich zu bewegen. Es gibt Lieder, da ist Stillstehen genau das gleiche, wie den falschen Ton zu treffen. Kursleiter Paolo Santos zeigt, dass man lernen kann, den Rhythmus richtig zu fühlen. Worship the King, Worship the King in His place. Worship the King, Worship the King. Untertitelung des ZDF, 2020 Worship the King, Worship the King, He is high and lifted up in His place. Petra Teuerzeit organisiert den Workshop bereits zum zweiten Mal. Beim ersten Mal noch mit hohem eigenen finanziellen Risiko. Doch ihr Erfolgsrezept hat sich durchgesetzt. Nette Leute kennenzulernen, sich auch mal Sachen zu trauen, zum Beispiel beim Tanzen, die man sich sonst überhaupt nicht traut und in einem doch kleinen und geschützten Rahmen. Nicht in einem riesen Workshop mit 500 Leuten, wie es sonst schon mal üblich ist, sondern wirklich in einem ganz geschützten Rahmen. Warum ich heute hier bin, weil ich letztes Jahr hier war und ich fand das unheimlich toll. Ich singe total gerne und das hat eine Ausstrahlung, dieses ganze Wochenende. Das gibt Kraft für die nächsten Wochen und Monate. Also das ist unheimlich toll. Ich mache es total gerne. Wir haben uns schon vor langer Zeit angemeldet hier und haben uns riesig auf das Wochenende gefreut, weil wir Gospel lieben. Es ist ja eine Sache, über Gott zu singen, aber es ist auch eine andere Sache, dem ganzen anderen Ausdruck zu verleihen.